hallöchen und herzlich willkommen hierzu zu monaco soll ich noch mal anfangen na gut wir spielen monaco ein spiel von pocket watch das im mai diesen jahres rausgekommen ist und diese beiden herren haben ein release datum das noch viel weiter zurückreicht aber trotz veralteter hardware genießen die beiden noch die vollen treiberunterstützung alte hardware ist nicht schlimm der gute dakikste alias knasti alias basti und fresh fans hallo alias franz ja hallo sei gegrüßt alles gut bei euch und ja ja ich spreche gerade mit dem cleaner aber davon gibt es zwei deswegen bin ich okay ja monaco ist ein wie sie wie nennt man das am besten einen stealth einbrech von oben hast du spiel gedöns top down top down ja das ist das ähnlich wie diablo 3 nur mit battlefield 4 grafik absolut wollen wir loslegen haben alle gewählt und dann noch mal ich habe gewählt also ich ich sag mal ich spiele den cleaner ja der cleaner das ist jemand der kann die gegner ausknocken genau genau so spiele den 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 voyeur der kann die gegner begutachten wenn die gerade sie umziehen und es ist eine frau ja eine voyeuristöse genau und es gibt auch noch den pickpocket der hat einen kleinen affen dabei der den ganzen loot einsammelt so dass ich eigentlich nichts mehr machen wie der affe heißt franz ja fränzchen so ist meine hardware auch wollen wir loslegen ja ja auf geht's muss ich ach so ich auch gut ähm du musst das auch vorlesen das ist das bist du die hier spricht ach so ja du hast den franzosen ich glaube das ist nicht es ist eher russisch glaube ich und sie will schrohaktor in the zoo kannst du jetzt das face drücken ich glaube oder muss ich das machen ich glaube ich habe auch die ganze zeit gedrückt also space okay dann drücke ich so jetzt du bist dran nee nee das ist keiner von uns ja den müsst ihr vorlesen vor vor den oder so du hast die beste rolle merke ich kurz komische frau es ist kein frau es ist ein wildes storm last ja auch kuck jetzt kommt die nur escape ja wo wo was wo muss ich jetzt escape drücken nee so ich will bastis äffchen sehen da ist er doch tja äh das war's schon vielen dank fürs zusehen von man sieht hier ich finde die lichteffekte ja mega cool ja vor allem die schatten der marmende life as business artes bin pretty boring maybe i spent all night just staring at my computer hoping for something exciting to happen but that they never comes so I'm relegated to babysitting drogstiptoes and cifes while my buddies in the force are the real criminals yes auf das ist bestimmt ein tausend seiten auf das ist bestimmt ein tausend seiten text weil me white shirt and because I don't carry a gun they say that I'm a second rate law enforcement officer how are you house the teaser give me love to a spell and me will call for me love your white shirt son Pierre Please, I'm still having nightmares about Billy. I can't, er hört nicht auf, I can't believe you flat him down in the toilet. Dear Mom and Dad, bleiben wir erst im Riesengard. Okay, wir können weitergehen. Es geht von vorne los, Rui. Ja. Oh, wir können schleichen. Achso, ja, mit was nochmal? Mit, mit, äh... Shift, genau. Und Steuerung? Was machst du? Steuerung A. To view objectives. Ach, nee, Steuerung nur. Ja, da, das, äh, da kann man auch den Kreis um sich rum sehen, der zeigt an, wie viel Leben man hat. Ich, äh, bin voll. Oh, hier, habt ihr das gemerkt? Was? Hier, guck mal. Ah. Das ist aber, der ist aber klein. Wie warst du das? Ich stelle mich einfach davor und drücke dagegen. Das ist doch immer so. Geh mal weg, bitte. Bei mir funktioniert das nicht. Du bist ja auch eine Frau. Ich bin ja ein Mädchen. Ach, ja. Kannst du dich vielleicht rückwärts daran stellen? Ich kann ja da nicht drücken. Ich kann ja auch gar nicht rückwärts laufen. Das ist wie im richtigen Leben. So, dann lasst uns einfach weitergehen. Ach, wenn wir zu mehreren an die Tür drücken oder an Schlösser drücken, dann geht es schneller. Kann das sein? Ja. Ja, ich glaube auch. Das ist ja gar nicht so. So, Achtung. Ich sehe... Seht ihr eigentlich das, was ich sehe? Nee, ich glaube, jeder hat eigene. Also, ich kann euch jetzt zum Beispiel nicht sehen. Aber ich sehe die Fäuste, die roten. Die kommen, glaube ich, durch dich, ne? Ja, genau. Also, durch Franz. Also, äh... Vorsicht, 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 zurück, 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 zurück! Lauf! Ich habe das mal ausgemacht, das Ding. Ja. Ach so, nee, ist alles gut. Äh, jetzt könnte der lilafarbene rein und ihn umhauen. Der steht gleich reinkommen und links. Ach so, wir können da nicht rein. So, man muss hier die Leiter hoch. Ja, ja. Aber können wir den nicht umhauen einfach? Ich glaube, da kommen wir einfach wirklich nicht rein, ne? Na gut. Müssen wir raus. Street Level. Ab ins Gebüsch. Haben wir irgendwas verpasst? Hätten wir nicht irgendwie noch vielleicht woanders lang können? Da ist ja was drin. Ich glaube, da kann man später noch rein. Soll ich den mal umhauen? Der kommt jetzt hier links. Oh fuck. Zack, ich habe ihn drunter gehauen. Naja. Wer schläft denn? Ja klar, ich bin ja auch nicht besonders brutal. Ich bin dann einfach nur... Doch, ich bin brutal. Umhauer. Oh, der ist wach. Der ist wieder wach. Gleich, glaube ich. Oh. Was bringt das eigentlich? Nix. Warte, bleib mal kurz stehen. Vorsicht, die Wache kommt, die Wache kommt. Nein, nein, ich konnte ihn nicht umhauen. Ich verstecke mich hier in der Blume. Zack. Ja, der jagt jetzt nur. Fred. Fred, sorry, aber wir müssen dich zurücklassen. Ja, ja. Oh, überall. Ah, da ist er. Ah, da ist er. Da ist er. Ah, okay. Nein. Der ist jetzt bei Infirmary. Ich hau den jetzt um. Zack. Sehr gut. Aus sich halte. Wir können weiter, Jungen. Sehr schön. Wenn ich komme, ich lade mich eben gegen den Tisch. Oh, was ist? Ach so. Ach so, unser Van. Oh. Ach, das ist ein Van. Nein. Darf ich vorne sitzen? Nein. Schatten lang. Das ging ja fix. Sag ich doch. Ja. Ich glaube, wir haben es outgecleant. Ja. Ich starte direkt mal die nächste Runde. Ja. Warte mal, wir können hier neu auswählen. Oh, das ist ja spannend. Oh, das ist ja spannend. Ich, ich, lock out ist super. Ich nehme jetzt mal den Locksmith. In Ordnung. Guck mal, Basti. We need Passports. Basti. Honey. Das ist halt alles ihr. Friends. Oh, wie passend. Tja. You guys remember the sick fella from cellblock B? Dawn? Who dug the tunnel? Nobody locks up Mole. Ja, ja. Der Malwurf. Ja, du bist nochmal dran, Malwurf. Mole has freedom spoon. Das klingt super. Yeah, apparently he's connected. Oh. Interpol is transferring him to Clairvaux by bus. If we can hijack that prison transport, we should have all the friends we'll ever need. The mole that's connected to the criminal and the will rescue him for hijacked prison transport. Ready? Aber natürlich. Stunny. Two. One. Es piept. Oh, yeah. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ach, hier bin ich. Du bist blau. Ich bin blau. Ich bin blau. Ich spiel. Steal coins for more ammunition. Okay. Oh. Wie schieße ich? Wie schieße ich? Man muss aufpassen, wenn du A drückst, siehst du die Munition, die du hast. Ah. Und das ist wenig. Das ist egal. Ich schieße trotzdem alle tot. Ja, ich kann ja auch die Leute so umhauen, von daher. Das ist nicht weiter wild. Wir schießen einfach alle tot. Aber es kommt ja noch niemand. Oh. Da kommt jemand. Alarm. Space. Was sind denn? Watze. Oh. Das ist meine Waffe. Ich habe gedacht, wir wären nette Räuber. Sind wir auch. Das waren auch nette Kugeln. Ja, die machen auch nur bewusst los. Okay. Huch, ich erkenne die Tür gar nicht. Ich verwechsel mich teilweise nicht durch. Oh, da hinten. Oh, da kommt einer. Ich habe eine Idee. Hast du jetzt beide getötet? Ja, ich glaube schon. Ich nehme hier eine neue Waffe. Geht nicht. Ich finde das ja irgendwie echt nicht so gut, dass ihr jetzt hier sofort alle Leute erschießt. Nee, lass mal die Leute nicht erschießen. Das war wieder... Huch. Ja. Oh. 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 Es war Panik. Es war Notwehr. Genau, Panik. Coin Count. Ja, ja. Oh, da ist einer. Nein. Da war einer. Panik. Hier ist Passenger. Ah, alles meine Münzen. Warte mal, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich keine Munition mehr. Nach zwei Schüssen kann das sein? Ich habe keine Waffen mehr. Nee, du hast keine Munition mehr. Wie sehe ich das? Franz hat drei. Du drückst A auf dem Gamepad. Ja, nee. Was war das? Gleich Steuerung, glaube ich, ne? STRG, genau. Du ja, du hast... Ich habe keine Munition mehr. Wieso habe ich denn noch drei... Ach, weil ich die Münzen einsammle, oder was? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch. Wenn man zehn Münzen gesammelt hat, dann kriegt man einen Schuss mehr. Ach so ist das. Oh, das ist ja wie im richtigen Leben. Bei zehn Euro kriege ich auch einen Schuss mehr. Ja, wirklich, so sind die Straßentreise. Ja, müssen wir jetzt hier zur Küste, oder? Müssen wir hier irgendwo vorher gucken? Nee, ich glaube, wir müssen dort lang, wo die Pfeile hingehen. Ach ja, die Pfeile. Die dezenten Pfeile. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist der Mole. Hallo Mole. Mole. Jetzt bist du der Mole. Habe ich ihn. Ach so. Du hast ihn gegessen? Ja. Ja, andersrum, du bist ja jetzt der Mole, dann hast du den... Bau mal hier links rein, bitte das. Den Locksmith vergessen. Ach so. Ja, andersrum, genau. Hier oben noch ein Coin. Ui. Ui. Und hier? Oh, hier musst du auch ran. Du kannst auch hier durch die Wand, glaube ich, durch, oder? Oder ging das nicht? Ist das so? Das sah so aus. Ja. Tatsache, das ist ja brutal. Oh, wie cool. Macht der einfach die Wände kaputt hier. Das ist ja... Ich kann ja nicht sein, du Lassel. Komm, lass uns das Boot nehmen. Ich bin der Captain. Ach, guck mal, das war's schon. Das ist ja gar nicht so lang. Ja, komm, eins machen wir noch. Ja. 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 Demer. Oh Gott, ich habe jetzt schon vergessen, wie die... Wie... Wie... Wie die Rote gesprochen wird. Beziehungsweise ich habe es noch nicht kreiert. Egal, ich nehme die... Ne, obwohl... Ich... Ich... Ich nehme... Ah, ich bin... Blabert. Ja. Das ist echt schwierig. Ich bleib bei der Roten. Okay. Dann bleibe ich beim Greener. Wollte jemand von euch so Mowl machen? Mir ist das... Ich bin da... Ne, du machst schon... Du machst schon super Mowl. Mach... Mach... Machst schon super Mowl. Du machst einen super Mowlwurf, ja. Ja, ja, ja. Okay, ich mache den Mowle. Da bist du auch gleich dran, Basti. Wir hatten ja nochmal gesprochen. Äh... Dirty Criminals rescuert Mowle. Mowle ist gratifull. Hm. No time to talk, honey. Gotta find Passports. Get out of Dodge. Embassies have Passports. Yoga Cop. Three Embassies in Monaco. Das ist auf jeden Fall der Kopf der Runde. Libanesi is least secure. Libanesen sind am wenigsten sicher? Ja. In Monaco, ja. Liebe Libanesen, ihr seid des Todes. You have Intel on this place? Nein, Andy. Wollte ich auch grad sagen. Mowle has done this before. Steal Passports from the Lebanese Embassy so you can escape the country. Ready? Ready. Ready, go. Aber es hört sich immer wie mein Handy an. Nicht so viele SMS. Ich finde, das klingt wie eine Mikrowelle. Du klingst wie eine Mikrowelle. Vielleicht ist das wie ein Handy in der Mikrowelle. Was ist das denn hier? Er bricht einfach direkt ein. Ja, natürlich. Was ist das denn hier? Oh, wo sind denn Menschen? Oh. Ja, ich hab ihn gesehen. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Lass hier reingehen. Smoke Bomb steht da. Guck mal, der ist da vorne. Ich hau ihn um. Nein, hat nicht funktioniert. Kann ich den auch umhauen mit meinem Hammer? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Nicht von vorn. Nicht von vorn. Ja, auch hier ist ein Zaun. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich glaube, man kann hier auch in das Gebüsch rein und dann ist man sicher. Es sei denn, der entdeckt sich dabei, wie du da reingehst. Ich kann da nicht rein. Ich kann es nicht zerstören. Hier, dann geh. Hau einfach ab. Tschüss. Komm schon. Oh, er kommt wieder, er kommt wieder. Ich hau ihn um. Halt mal ausschauen nach ihm, damit ich ihn sehen kann. Da ist er doch. Mann, da. Wer guckt in meine Richtung? Ja, komm, ich nehme ihn zu mir. Nee, geh links rum. Geh links rum. Nee, aber wenn der aufmerksam ist, dann, äh... Geht das nicht? Nee, nee, dann geht das nicht. Ach, das ist ja du. Ja. Aber jetzt ist er draußen. Jetzt weißt du nicht mehr Bescheid. Ja, ja, ich seh ihn gerade. Komm einfach mal zu mir hier. Kommt mal gut durch. Ja. Ich habe ihn umgehauen, so. Hier ist eine Leiter. Ja, hier ist aber offen. Ach, du hast ja die Wand direkt kaputt gefuttert, oder was? Genau. Netz mich. Ich hau ihn um. Zack. Hau ihn um. Sauber. Du kannst dich hier heilen, wenn er dich getroffen hat. Achtung, hier rechts ist noch einer. Ja. Lasst einfach links lang gehen. Hier, und. Zack. Bist du den? Das klingt ja... Ich geh mal nicht durch die Tür. Ich hoffe, die Wand dann hier im Kamau gemacht hat. Das ist gut. Oh, oh. Ach, guck mal hier. Das ist, wenn es grau ist, dann kann man da durchlaufen. Jetzt zum Beispiel. Ah. Ich hecke mich da mal rein. Ja. Ich hecke mich mal durch den Tisch. Ich hecke mich mal... Kannst du nicht einfach über den Tisch laufen? Nee, nee. Das ist ja wert. Ja. Außerdem, wie soll man Tische anders bearbeiten als mit Löffeln, ne? Richtig. Hast du auch wieder recht. Können wir hier nochmal woanders? Ich, ich... Ich werde mich nochmal hier kurz... Hier. Ich glaube, wer hat dich gesehen? Oh, der ist ein... Oh, der ist ein... Oh, der ist egal. Komm hier zu mir ins Gebüsch. Wir, wir, wir spielen super zusammen. Ich kann, ich kann nicht, ich kann nicht ins Gebüsch. Doch, klar. Wir spielen irgendwie gar nicht zusammen. Geht's hier um ein Zusammenspiel? Nee. Ich glaub, äh... Wir spielen schon zusammen. Ich hab auch gleich gewonnen. Ich geh jetzt einfach den Weg, den du hier freigemacht hast. Ich find's dir in Ordnung. Läuft dir ganz gut. Aber Vorsicht, das ist... Ah, jetzt hab ich die Graufase. Ich glaub, da kommt einer, da kommt einer. Ja, die kommen, die kommen. Nein. Wieso? Ich kann hier nicht zurück. Hier sind Laser. Aua. Basti. Ja, ich, ich muss fliehen. Ich muss fliehen. Ich bin gleich wieder da. Ich geh schon mal weiter. Ja. Ich bin safe. Ich auch. Wir setzen uns ein bisschen auf die Treppenstufen hier, ne? und warten, bis du kommst. Ich rauch mal ein. Ich hab Alarm ausgelöst. Ja, dann lauf einfach jetzt durch zur Treppe. Das ist überhaupt kein Thema. Wenn du eh Alarm ausgelöst hast. Ja, komm, lauf einfach. Okay. Hallo. Das sind ja Noobs. Oh, oh, hier ist ein... Kannst du hier das Regal kaputt machen, Knasti? Welches? Dieses hier, vor dem ich stehe. Ja, das kann ich. Dann kann ich nämlich... Oh, oh, oh. Ich hab alles ausgemacht. Das war gerade rechtzeitig. Das war wirklich rechtzeitig. Oh, ich hab... Ah, ich hab alle alarmiert. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab alle alarmiert. Ah, und schon wieder. Oh mein Gott. Sind ja jetzt ein paar... Ich sammle hier einfach die Münzen ein. Oh Gott, oh Gott. Schnell in die Pflanze. Schnell in die Pflanze. Schnell in die Pflanze. Ah, hat mich echt niemand gesehen? Oh, ich glaub, du wirst gehauen. Shit. Ja. Du hast Rauchgranatens. Benutz die mal. Was mit was denn? Mit, äh, mit dem rechten Dräger. Ich lauf jetzt hier einfach mal die Leiter hoch. Und dann hier in die Pflanze. Oh Gott. Ich bin safe. Was hier? Mir geht's auch gut. Ja, ich weiß. Vorsicht, der kommt jetzt aber in die Richtung. Ich hau die, ich hau die um. Den da. Kommt der nicht rein. Zack, einer weniger. Sauberst. Wunderschön. Wo müssen wir eigentlich hin? So schnell? Da steht ein PC. Was bringt mir das? Ich glaub, du kannst ihn hacken. Und dann werden so Laserschranken ausgeschaltet. Und den hau ich um. Zack. Achso. Was denn? Ich dachte, hast du hier nicht aufgemacht, Basti? Nee, soll ich? Nee. Hier bitte. Zack. Okay, danke. Gerne. Da ist jemand. Kann man den hier vielleicht? Oh, shit. 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 Ah. Was? Nein. Was machen wir denn jetzt? Ich lauf genau da rein. Ich lauf mal gen Norden. Ich lauf einfach die Leiter hoch. Ja, das ist gut. Zack. Und mach jetzt. Ich glaub, das sind Franzosen, die kriegen das gar nicht mit. Naja, wir sind ja in Monaco. Monaco ist ja bekanntlich direkt in Brasilien. Meinst du, die sprechen nicht Monegassisch? Nein. Moniganesisch heißt es. Quoi? Ich tue sicher, dass man unter den Krieg trinkt. Haka Tuka. Das ist super. Ey, einfach Alarm hauschen. Das ist der Knaller. Oh, oh. Doch. Oh, ich bin, ich glaube, ich bin fast, äh, kommt hier die Leiter hoch. Da bist du sicher. Nö, nö, runter. Oh mein Gott. Ja, ich will, ich muss die Leiter hoch. Erst mal sammeln. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen zum Main Office da vorne, ne? Ähm, ja, weiter hoch. Da können wir eigentlich von hier aus super, super daumen. Leiter nochmal. Ja. Ich hack das hier mal. Wir müssen den Weg auch noch zurück gleich, oder was? Was? Nein, nein. Ach ja, hier, der gräbt sich seinen Tunnel an. Oh shit, Vorsicht, das war noch. Ich folge dem mal. Passt schon. Sammel du mal, sammel du mal alles da ein. Wir sind jetzt schon mal bei den Zielen, ne? Nee, hier ist, hier ist eine Tropier. Ich hab hier oben gerade zwei ausgeschaltet. Oh, das ist super. Ich hol mir mal die Tropier. Oh shit. Den hab ich hier überkriegt. Das ist mir ja fast klein. Jetzt müssen wir ja nur noch zurück. Basti, du kannst umdrehen übrigens. Ach, kann ich das? Ja. Wir sind hier fertig. Wir haben schon mal die, die, äh, die Pässe geklaut. Ich hatte, ich hatte Spaß hier. Ich hatte Second Floor. Oh shit. Oh, oh, oh. Einfach durch, einfach durch. Oh shit. Wo bin ich? Wer bin ich? Verwechsel mich immer. Einfach, einfach durch. Oh, oh, das Schloss ist noch zu. Wie, das ist noch zu? Ja, hier war eine Tür, die hatten wir noch nicht geknackt. Das ist ja schlimm. Oh, jetzt werde ich nicht gut. Auf der Treppe scheint man sicher zu sein. Die können offenbar nicht Treppen gehen, wie Kühe. Hallo, ich hab zwischendurch noch einen PC gehackt. Entschuldigung, was? Kühe können keine Treppen mehr unterstecken. Äh, hoch, hoch schon, aber nicht runter. Benutzt, benutzt eine Granaten. Ich, 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 ich auch. Ich auch. Oh shit. Ich bin ein Idiot. Nein. Justice served. Oh Gott, oh Gott. Continue. Wo denn? Wo steht denn Continue? Ich hab, wir sind jetzt wieder hier, so. Jetzt sind wir wieder da. Gut, ich würd sagen, alles andere machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Vielleicht, vielleicht ein bisschen, jetzt irgendwie koordinierter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.